Showa Dainichi Toyota Sansai 60 cm habe ich als Tossai gekauft, als Nisei importiert. Dainichi Toyota Fische sind die ersten 2-3 Jahre nicht so gut im Wachstum, wobei 60 cm für den Sansai sehr gut ist. Qualitativ ist der Fisch sehr gut, der wird auch groß, hat streckten Körper, hat noch keinen Body, hat schöne Flossen, hat Motoguro und beiden Flossen, ich bin von dem Fisch überzeugt und ich bin auch sicher, dass wir den groß kriegen, mit einem guten Body. Ich werde es zeigen im Laufe der Zeit, ab und zu mal wieder wie sich der entwickelt. Frei ist er noch, wenn jemand Interesse hat, gern. Showa Dainichi Toyota Sansai Freiblich Du kannst du einen Gangs-L detailern, also den Mitarbeiter bauten, Da gibt es sogar einen Flugzeug, so wie Sie in derерantmenge der Familie, die, 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 die mit diesem Flugzeug ausführen. Vielen Dank.